Ja und damit herzlich willkommen am Midwurst bauen in Satisfactory. Tja, wie gesagt, ich hatte ja hier gestern schon mal erwähnt, erst mal eine Plattform bauen. Idee hatte ich ja, wie ich die Basis von dem Turm eventuell gestalte. Jetzt versuche ich das mal umzusetzen. Und ob das dann überhaupt schick, schön, kunstvoll aussieht oder eben... So, das ist hier nix. Ich habe jetzt außen 48 Fundamente. Jetzt könnte ich ja mal... Versuche ein paar Wände... Mit da irgendwie was schönes zusammenspinnen. Wie mache ich das parallel zu dem oder zu dem? So, das ist so schönes. So, das ist so schönes. Das ist theoretisch irgendwie da hoch. So, fahren wir uns doch mal eine Leiter. Und dann... 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 Da oben noch einmal Versuche. Ich überzeuge mich nicht so recht, nicht so richtig. Leicht dazu rum, da oben drauf, vielleicht noch ein bisschen besser, dann Leiter, da oben drauf, vielleicht noch ein bisschen besser. Hm, wir können drüben noch einmal einschauen. Seitlich. Okay. Mhm, mhm, mhm. Wende man, wende man jetzt erstmal, kostet das, 5 kostet das. Und, 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 okay, kostet das auch 5, ja. Okay, erstmal nicht so schlecht. Das wäre eine kleine Variation, macht gut. Wenn ich das mal noch probiere. Wir nehmen das mal aus. Zurück. Hier und hier. Wir nehmen das mal aus. Okay, gleiches mal noch an der Stelle. Hier und hier. Das so gestaltet. Wir nehmen das mal aus. Mh. Halt was. drüben würde ich mal noch was probieren und zwar mit den halbrunden dingern hier mit denen da ein moment ja doch passt 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 und gut alles gut und vielleicht besser ich noch ein zweiter auseinandergehe du kommst da hin dann da hier weg und dann kommst du da hin und dann hier weg und da noch ein streif hmm 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 das und das nehmen wir weg und das und das nehmen wir weg hmm 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 Vielleicht besser alles. 1 für sich, ja. wird vielleicht noch ein bisschen besser das gleiche hier drüben noch ein bett ja nicht hat 3 3 1 2 3 und das dann dreier hoch hast du mal hier kann man ja noch variieren würde ich sowieso wahrscheinlich machen dann kommt ja das noch oben drauf ach und ja genau eigentlich ja noch dann schauen wir noch mal bin ich gar nicht mal so schlecht ich könnte mal hier an den ecken noch was schöner gestalten braucht sich nur was denn also was gucken wenn ich sowas hier ran bastel einmal da einmal da und in der mitte vielleicht kommt auch das gar nicht so schlecht ist es denn ja grüß dich nur band ja ich bin am kaltball am basteln hier und ich bin noch nicht so richtig zufrieden probieren halt einfach probieren irgendwann ergibt sich schon was wo ich finde das hat ein bisschen was die skyline odyssee schon beendet ja noch nicht noch nicht so recht wenn mich nicht so richtig geist und port was muss es ja auch nicht gleich kann ja durchaus ruhig ein bisschen dauern 不 so 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 Ich bin zurück, ich bin zurück, ich bin zurück. Das sieht auf alle Fälle schon mal interessant aus hier. Es stört mich eigentlich auch nicht hier, aber ich werde mal noch was anderes probieren. Na ja, hätte ich ja auch machen müssen. Ja das soll die Basis von dem Turm werden und da bin ich halt wie gesagt gerade am Experimentieren. Na, hier nicht so richtig wie ich will. Ah, zu hoch. Und ob das schön wird, da bin ich halt gerade noch am Experimentieren. Ja, das hat auf alle Fälle einen interessanten Touch. Also Sichtfeld raus. Oder ich muss halt einfach so hier. Oder mir fällt noch das Besseres. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt sieht es schon wieder ganz anders aus. Das finde ich jetzt gar nicht so uninteressant. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir ein bisschen. Vielleicht... Vielleicht kann ich noch ein bisschen was rausholen. Ach, das macht er nicht. Okay. Ich probiere erst das setzen. Und dann das. Mach doch nicht. Kann man also nichts mit anfangen. Wenn ich es so mache, naja, da fällt es ja gar nicht auf. Kennt man ja gar nichts. Machst. 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 Ugh,十 Müheb. Achst. Schöne, 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 Schöne! Äh, das ist unverbaut. Ich schau denn das von der Seite. 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 Ich schau. Ich schau denn das von der Seite. Wir probieren mal was. Und zwar erstmal hier nochmal entfernen. Ich schau denn das von der Seite. Ich schau denn da. Ich schau denn das von der Seite. Ähm, ja. Ich schau denn da. Ich schau denn da. Ich schau denn das von der Seite. 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 Wenn ich jetzt vielleicht noch die anderen Säulen mit in. In. Spiel bringen könnte. Ich. 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 Komme. JЕТ. Ab. Deine Persi. Instant наверное ist. Ne? Und doch, oder? Na komm, willst du denn nicht? Achso, hmmm, will er nicht. Dann kennt man es über Tricks. Ne, will er nicht. Warum eigentlich? Wer macht das doch auch? Hmm. 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 Okay. Hmm. Hmm. Vielleicht etwas ändern. Vielleicht kommt es besser. Ich bastel die unten ran. Es sieht nicht besser. Gefällt mir gar nicht. Moment. Ja, das kommt besser. Kommt besser, kommt viel besser. Irgendwann sehe ich gerade, fehlt noch. Komm ich nicht ran. Ja, jetzt nicht, aber dann. Dann komm ich ran. Jetzt müssen wir wissen, wie hoch. Und das ist so. Was hier mache ich höre? Ja, das geht nicht. Vielleicht noch nicht. Ich möchte nicht ran, dann machen wir das hier so. Okay. 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 Jetzt müsste ich das ein ganzes Stück hoch machen, und zwar in die Höhe, hier. In der Höhe, das könnte man machen mit Doppelrampen, einmal die 2m und einmal die 4m, und zwar im Durchmesser von, jetzt haben wir 3, ja dann 5 und 7, Durchmesser 5 und 7. 5 und 7, das ist hier, Durchmesser 11, Durchmesser 9, dann wäre hier, ab hier, Durchmesser 7, Durchmesser 5, Durchmesser 7. 5 und 8. 10. überlegen 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 und autosave überlegen und autosave noch mal nach innen gehen das hier komplett außen ruhen Winter Moment 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 Klein Leben Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Entschuldigung für die Unterbrechung Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja das war durch mal so sieben dann wende noch mehr 1 2 3 2 3 Ah immer wieder Ah immer wieder Und er hittet. Nee, das ist nix. Nee, das ist nischt. Mag ich nicht. Weg. Weg damit. Ja, jetzt haben wir es. Also bisher gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich müsste es halt bloß mit anderen Proportionen machen. Und oben habe ich noch keinen Abschluss dazu. Oh, hm, hm. Hm. Oh, hm. Oh, hm. Oh, hm. Oh, hm. Oh, hm. Oh, hm. Da war glaube ich noch irgendwie mit irgendeinem Basis Mistfeel. Wie viel. Ah. 11. 9. 7. Hm, hm. Ich denke, das wird. So, jetzt breit bloß noch die richtigen Proportionen. Grundidee steht. Ging ja relativ schnell. Ich mach jetzt erstmal vier Wände hoch in den jeweiligen Windrichtungen. So. Hier. Welche ist das? Die hier. Nein. Hier. Geht's halt hier bestimmt in die Wand rein. Ja, damit kann ich leben. Ja, damit kann ich leben. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und denne? Ja. Müsste das hier nur noch aufgehen, wie ich mir das vorstelle. Oh. Oh. Gehen Bedung mehr. Na. Na, na, na. Ich hab's geahnt. Stimmt ja, das war eine ungerade Anzahl in der Mitte. Ah. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei ja. Hmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm. Oder, Moment. Finde ich, der wäre eventuell, dem hier irgendwie überbrücken. So und jetzt habe ich keinen Beton mehr. So und jetzt habe ich keinen Beton mehr. Ich komme heute nicht drum rum, ich muss heute doch mal vor und Beton holen und ja eher Beton. Das andere lasse ich da. So raus damit, raus damit, raus, weg, weg. Okay. Alles weg, weg, weg. Andere lasse ich. So. Schnell in den Schuhe und los. Moment. Nervt. Ja, erledigt. Ja, die Bots sind halt, ja, nicht erwähnenswert. Ah, wie ist der, ich bist doch, da ist noch einer. Oder Moment. Wo ist er denn nochmal? Ihr könnt ja auch versuchen dann einfach mal, mich dessen zu entledigen. Wo ist denn meine Belohnung? Mein Lecker. Innenleben. Und Aldousel. Wo hat er es denn? Wo hat er es denn? Wo hat er es denn? Ach hier. Oh. Oh. Gut. Ah, gehen wir hier lang, kürzester Weg. Wohl, Moment mal, ich brauche ja auch ziemlich, nehme ich ein bisschen was. An Eisenplatten noch mit. Ja, machen wir sie. Hups, da werde ich gar nicht hin. Hier werde ich hin. So. Wir dangen holen. Es wird langsam Feuer hinten, ne. Da kommt immer ein Gebäude mehr dazu. Ja, danke. He he. He he. He he. und wusch weiter, mir fällt gerade was ein war so ruhig beim bauen so hier hinten müsste wieder ein bisschen beton drin sein aber ich brauche erstmal noch ein paar platten, stimmt ja ein paar eisenplatten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 nehme ich mal 1200 mit oder ne 1400 machen wir 1500, wären dann 500 Wände das reicht und den Rest machen wir in Beton wenn nicht muss ich doch nochmal her oh gelb, gelb heißt voll in dem Fall einmal voll bitte hier hinten weiß ich die sind nicht voll, die habe ich ja heute früh geplündert oder Arbeit und so lange läuft hier die Karte jetzt noch nicht das Spiel um das die schon wieder voll sind da fehlt auch noch ein bisschen aber überhaupt hier noch was jetzt haben wir auch viel und ab wieder nach hinten kleine abkürtel und dann und und Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier hüpft Spät haben wir es, aber wir haben noch Zeit Wir haben noch Zeit, juhu Könnte ich ja die Bosses im Endeff fertig bekommen Wir haben noch Zeit, juhu 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 Oop. Irgendwas, ach ja gut, du wirst, irgendwas wollte ich noch ändern, jetzt fällt mir das wieder ein. Aber das betrifft ja das was man gerade nicht sieht. Ich meine die Zeit überlegt, irgendwas wollte ich noch, aber dann genau. So. 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 Das ist vielleicht besser wenn ich das hier nehme. So jetzt können wir erstmal hier ein bisschen gucken. Mal gucken, was ich so lassen möchte. Moment, nein, ganz anders, ganz aber ganz anders. Weg, 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 weg. Ach ja, jetzt habe ich alles Kisten. Ganz anders, aber geht doch nicht so wie ich mir gedacht habe. Ja, doch umdisponieren. Das kann auch nicht die einzige Kiste gewesen sein. Da unten ist noch eine, ich wusste doch. Ja, dann kann ich nicht mal alles nehmen. Halt. Nochmal. Jetzt. Jetzt haben wir es. Endzedeutung. Ja. Jetzt kommt das hier hin. Hier hin. Dann wird das alles nehmen. gut Jetzt muss ich das noch irgendwie schehen, finde ich mal mit dem hier probieren. Hm, fällt halt gar nicht auf, ne? Hm. Hm, geht halt auch nicht, ach, ist das ärgerlich jetzt. Tittittittittittitt. Das war's. Ich suche der Bringer. Doch alles anders. Doch wenn nicht. Sieht so aus als geht das nicht. Ja macht er nicht, ach das ist schade. Das ist nicht schön. Was wäre denn ein ganz anderes? Nein. Ich kann noch nicht mehr probieren. Ich möchte das so hier machen. Das war's. 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 Das fällt mir nicht so recht. Oder ich mache das halt einfach mit den glatten Wänden runter. Es wird eisgerechnet jetzt Nebel. Noch eine Idee. Noch eine Idee. Zwei. Das kehren wir weg. Naja. Das ist das. Ja, damit. Das ist das. Das ist das. Ja. 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 Genau. So wird es jetzt. Ja. Gleiches Trauerspiel auf der anderen Seite. Jetzt erstmal die zwei da rum noch. Genau. Genau. Schöner. Ja, damit. Hier so. Und hier nochmal. So rum und so rum. Ja. 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 Ja.